Hallo und herzlich willkommen zu ARP Ich werde morgen ein Let's Play machen mit OMC2 Clubback 2016 mit der SP-190 von Geoborathas nach Oberhausen Hauptbahnhof und ja, ich werde euch sagen, wie die Karte ist und ich hoffe, dass ihr euch mehr sehen könnt, was diese Karte geändert hat also die Qualität, Textur und so weiter und so fort Morgen werde ich das um, Moment, leite es mein Handy auf den Ton Morgen um 10.45 Uhr das Video machen und das dann auch sofort hoch auf YouTube setzen und so auf meinen Kanal auf YouTube.de Alexander LP und dann werde ich euch das zeigen, wie die Karte ist, Milja, die Bussen Gelenk, Solo, einmal Gelenk erstmal mit der SP-190 dann werde ich in andere Linien fahren, aber dann mit Solo und gucken dann, was da sich geändert hat Jetzt heute so im Dunkeln muss man kein Video machen also von meiner Seite aus seht ihr dann sowieso nicht die neue Häuser und so weiter und so fort Deswegen habe ich gedacht, macht das lieber morgen und dann könnt ihr euch das besser bewerten oder ob ihr das kaufen wollt oder nicht wenn ihr das Geld gekauft habt könnt ihr mir gerne das sagen oder diesem Video schon mal schreiben sagen und ja sage bis zum nächsten Mal eure Alexander LP abonniere mich bei YouTube besuche mich bei Facebook Brands und ja und so weiter und so fort und wie ihr wisst bei Twitter bin ich da sind die aktuelle Videos bei Facebook alle sind die Let's Player ist da das werde ich auch hier nochmal genoten in diesem Video ähm da könnt ihr mich da gibt die aktuelle ähm den Nachrichten und bei YouTube seht ihr die aktuelle Videos wenn ihr mich abonniert habt ja sagt diesmal wirklich jetzt Tschüss bis morgen oder bis gleich